Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 27. September 2019 mit dem Video links oder rechts die Antwort auf deine Frage. Ich bitte dich zuerst, dass du dich natürlich auf deine Frage konzentrierst, also in dich gehst und dich auf deine Frage konzentrierst, dann erstmal die Augen schließt und auch in der Energie der Kristallschale eintauchst und natürlich, während ich die Karten mische, mir auch deine Gedanken rüber sendest. Schließe dabei einfach deine Augen. Schließe dabei einfach. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Linken, wie du siehst. Also ich habe hier schon zwei Karten ausgelegt, ja oder nein. Hier aus diesem wunderschönen Kartendeck Antwort der Engel von Doring Virtue. Und ich frage die Engel um ein paar Antworten und zwar, ich hätte gerne, liebe Engel, drei Karten für meinen Zuschauer und für meine Zuschauerin die Antwort auf ihre oder seine Frage. So, und natürlich auf der rechte Seite auch drei Karten bitte. Und natürlich eine aus diesem wunderschönen Reka Kartendeck auf Wolke 7, jeweils eine Tarte. Und diese Karten kannst du auch natürlich in meinem Shop käuflich erwerben. So, du wählst natürlich links oder rechts ganz intuitiv, welche Seite sich für dich am stimmigsten anfühlt. Ich beginne natürlich mit der linken Seite. Und wenn du die linke Seite gewählt hast, dann ist deine Antwort heute Nein. Und wir schauen auch, weswegen Nein. Also es geht auch darum, dass es also so karmisch ist, dass es so vorbestimmt ist für dich, dass es einen spirituellen Hintergrund hat. Und die Karte sagt, du sollst noch ein Stück weit mehr in deine Stabilität, in deine Sicherheit kommen. So allgemein dich gut fühlen. Weil, also es kränkelt hier noch etwas. Also was du auch gefragt hast, ob das jetzt in Bezug auf Liebe, Arbeit oder private Frage ist, dann ist die Antwort Nein. Also es bedarf noch, also eine Entwicklung, also dass du in deine Stabilität kommst. Da sind eventuell noch die Wünsche viel größer als die Realität hergibt. Und da kannst du auch noch spirituell daran auch ein Stück weit wachsen. Und die Engel sagen dir, akzeptiere das. Also Engel der Akzeptanz begleitet dich. Alles, was in deinem Leben geschieht, hat einen tieferen Sinn. Nimm alles so an, wie es kommt. So erlangst du tiefen inneren Frieden. Also es geht auch darum, wenn was nicht ist, dann vielleicht soll das auch noch nicht so werden. Das braucht noch ein bisschen, vielleicht noch Zeit für dich. Und wenn du natürlich die rechte Seite gewählt hast, dann ist die Antwort für dich eine Ja. Und zwar, so und da ist ja wirklich wunderbar. Also für dich ist das Verliebtsein da. Also diese Schmetterlinge im Gefühl, die Freude, die Verliebtsein, die tiefen Gefühle, die Heilung deiner Emotionen, die Wunscherfüllung, diese große wahre Liebe ist da. Wunscherfüllung allgemein, egal in welchem Bereich du auch gefragt hast. Also besser geht es nicht. Also die 7, 8 und die 10. Also das heißt, dass da also wirklich sehr viel Gefühl auch da ist. Freude ist da. Also Wunscherfüllung ist da. Großartig. Einfach nur großartig. Und also die unterste Karte ist auch die freudige Überraschung. Es wird etwas schnell, wo du auch gar nicht mit gerechnet hast, wird sich so entwickeln. Volle Freude und also volle, also wo du in dieses Gefühl der Leichtigkeit auch gehen kannst und in dieses Gefühl der Beschwingtheit. Großartig. Und Engel der Leidenschaft begleitet dich. Und zwar lebe mit deiner ganzen Kraft eines Herzens. Liebe aus tiefster Seele. Sei leidenschaftlich und voller Begeisterung bei allem, was du tust. Lebe jeden Tag, als wäre er dein letzter. Also egal in welchem Bereich du hier die Frage gestellt hast. Wenn du volle Begeisterung, volle Leidenschaft machst, ob das das Kochen ist, ob das deine Arbeit ist, ob das eine Reise ist oder ob das deine Partnerschaft ist oder ob das dein Hobby ist. Was auch immer, lebe es mit voller Leidenschaft und lebe diesen Tag, besonders heute, als wäre dein letzter voller Genuss. Das sind ja große, großartige Aussichten. Ich hoffe, das hat dir gefallen und wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke dafür unter dem Video auf den Button Abonnieren, rechts unten und klicke nochmal auf die Glocke. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Neues und Spontanes von Kanal Reka gibt. Ich freue mich auf dich. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste. Bis bald, deine Valeria.